Musik 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 Ich will hier die Probe an, diese Choreografie ist noch nicht wertig. Ich bin einer von diesen Choreografien, die alles genau in dem Moment entwickeln. Was ich vorher habe, ist eine bestimmte Idee von der Szene oder für welche Stile der Bewegung. Ich würde gerne in jeden kleinen Stück hineinbringen. Aber die genaue Bewegung mache ich nicht. Weil ich mag, wenn die Tänzer auch ihren eigenen Geschmack, ihren eigenen Stil dazu bringen zu meiner Choreografie. Es gibt auch andere Choreografien, die entwickeln fast alles schon vor der Probe. Bewegung und Stil und alles. Aber das mache ich nicht, weil ich finde, das schneidet die Kreativität der Tänzer. Und die Tänzer und die Choreografien arbeiten richtig mit einem Zusammenziel. Die Kreativität ist viel stärker. Musik Untertitelung des ZDF, 2020